Alle denken, dass Mütter weicher sind, aber diese Geschichte beweist das Gegenteil. Los, jetzt passen Steven und Marie auf Theodor auf. Mäh, 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 Mäh. Warum? Ich habe keine Lust. Nun mach schon, genau, nun mach schon. Tja, streiten müssen sich alle Familien, auch im Jahre 1701, denn da befindet sich unsere Familie. Komm schon, Steven, er ist doch so süß. Genau, ist Binder so süß. Na gut, ich pass auf Theodor auf, dann müsst ihr aber auf die Schafe aufpassen. Mäh, 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 Mäh. Mäh, 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 Mäh. Jetzt ist es eh zu spät. Mäh, 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 Mäh. Alle denken, dass dies eine friedliche Nacht wird, doch da täuschen sie sich, denn ein natürlicher Pein wartet auf sie. Ich habe Hunger, 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 habe, Hunger, 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 habe Durst. Du bist so hinterhältig. ata Und Du bist so hinter rising. Vielen Dank.